Achso, du hast jetzt gekillt. Ja. Okay, dann lauf mal da rüber. Hast du schon das Loch in der Wand? Was für ein Loch in der Wand? Der Helms Alien Transponder. Du hast es in Zeit gemacht. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 in der riecht er hat erstmal kurz mit der ich hätte gern mal ein ball wieder junge frau nach dem artefakt greifen und weggehen will denn kein artefakt will man ein ball wieder haben hallo warte mal auf so das war mal Panty alte du bist alive ich bin alive wie ist das möglich? I remember the ship I remember falling than nothing was jetzt first things first we need supplies shelter and most of all a healer we might have escaped we still have these little monsters in our heads also ihr braucht ein heiler da ist eine riesen differenz zwischen den lippen synchron und links und so müssen wir einmal die capture card vier Sekunden wow ja das ist nämlich die Frage ist das was zirka 1 ja die Frage ist jetzt ist das von Anfang an so oder ist es jetzt schlimmer geworden das ist ja gerade nicht im ja weil du nicht capture card angewählt hattest wenn du angewählt hast dann kannst du was sie doch okay wir haben es jetzt mal ein bisschen aktualisiert ihr solltet es weggehen wenn es nicht weg ist dann mit meinem beschleid guck achtet mal drauf wir brauchen uns und wir beide wissen was auf der Fall ist ich kann nicht mehr auf eine bessere Firma ist es schon mal gut ist es schon mal gut wessen wir gehen ich wollte euch wieder danke vor Lunch es wäre ganz einfach nur zu einfach um zu langs meiner支 nicht aber ihr habt es nicht ich erinnere mich also wenn wir die capture card weiterhin aktualisieren bei der Playstation ist schon mal ein gutes wissen ok so wie toll ausnehmen noch die 2 und er einsetzt zwei leute ich bin jetzt aber auch nicht der stufe eins freigeschaltet glücklich macht fokussieren ladungen eine untere vertreiben geführt das schlag weiter in der aktionsspurt mehr kann ich nicht so gut jetzt bin ich ein raffinierter schurke sie ist auch klinikerin super angriff sein ja wenn du auch kliniker müssen solltest du vielleicht andere zauberer haben an sich klug das glaubens kriegt sie mal hier wasser erschaffen also er weiß nicht ob man das war wie wir das gestern und mit die kinder abweg du bist du dumm der kreis 5 er ist gestern und freitag ist aber ehrlich so die spüren intelligente wesen was man kurz sie auf und dann wird was abgeguckt vor allem was mit dem karl du bist so klug so wie war das jetzt hier so du gehst jetzt mit r21 r21 nach oben charakterbogen genau charakterbogen kann ich mir was von der alten da genau suche das auf mein bein jetzt gehst du auf das bein viereck und jetzt gehst du unten senden an dich so herzlichen dank so jetzt kannst du sterben hab mein bein wieder zahl ich liebe dich da ich hab's gesagt und wenn du mich morgen triffst werde ich dir das wieder sagen und wieder wenn du dir alt und grau sind es liegt nein das ist der Beute ich will nicht dass es liegt ich weiß es ist riskant aber hier zu bleiben ist es auch die letzten Monate waren hart aber alles ist einfacher wenn du bei mir bist verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke bring mit was du tragen kannst wir schaffen es schon ohne den Rest verspäte dich nicht in Liebe deine Anna es muss dieses Hunger sein wovon ich schon viel gehört habe ich bin mit 5 und wird mit Viertel Bund der hat einen Humpen lassen uns auch ein Leben die Flöte kann man die eigentlich verständlich hat es mir probiert was er geht ja so was ist jetzt da habe ich denn so alles gar nicht als hier und gewähmten händen gebiet nach wie schlechtes auftreten kann er sagen unterwäsche ja also ich würde gerne für euch auch mal nach flöte spielen aber funktioniert nicht das sind übrigens so teleportation der kettenhemd das sind leder wirst du okay das leicht das müsste ganz unten bei stehen weil da wo streitgolden steht stehen das ist zweihändig da ist leicht im finesse mit der kurzschwert und finesse und mit dem beil leicht geworfen ja ja dann nehme ich auch kurz werden bei den an die stoppiele ein vieles hat kommt was macht ja an ja ja jetzt geht ab ausrüsten dieses werkzeug ausrüsten ich kenne das ja eine zweitwaffe aus als zweitwaffe wenn du kannst du nicht weil du ein schild trägst so bleibe ich bei den wenn ihr jederzeit so gegenstände werfen das ist gut alte türen hallo bietet es in der menschen ein war das nicht mal machen ich regel da und welche bonus sicherlich keiner von euch in göttliche segen oder kann ich das nur einsetzen wenn man immer sie oder hast du diesen sie möchte es sind l2 und jetzt musst du sie auswählen jetzt steuerst du sie ins drück mal r1 irgendwo hat sie ist die göttliche führung unten links ja das kann viele hätte ein bonus von einem vier auf attributswürfe ach so okay ja okay wenn wenn ich jetzt gesteuert hätte könnte ich das jetzt in meinem menü auswählen aber dadurch dass du sie steuerst müsstest du das extra auf mich zaubern damit ich damit ich auf attributswürfe und vorteil das würde ja aber das läuft jetzt über ritual ich muss noch mal neu starten da ist jetzt habe ich nämlich unten gott die göttliche führung schwierigkeit gerade 20 ich bin ein zwerg ich glaube wenn du das nicht gemacht hätte nicht geschafft weil ich kacke würfel muss extra reinkommen vor sich diesen fallen du siehst die nicht krass da vor mir ist eine falle du siehst die nicht du kannst du machen du kannst du auch so entschärfen ich lass mich mal vorgehen das ding ist eine falle da ist eine falle da ist eine falle okay das ist wie eine trappe dann oh cool ich werde nicht die mal gar übergekommen ein fallen in schärfer werkzeug verwendbar okay kann der hole kann der hoschi was soll ich tun soll ich die diesen knopf habe ich entdeckt ich habe die knopfe drücken so soll ich mal hier machen macht sie noch ich habe jetzt auch ein ball und sehr stark ist die künftige führung und schädelt wird die führung das war so hin ja 10 wenn ich nicht kacke wird es gehen ich will aber auch schlecht leute das gefassen hat sich auch so eine falle von bohnen im schlüssel gefunden und ein leitfaden des beobachters das scheint so ein sperr zu sein soll ich die fallen entschärfen oder die fallen sind eigentlich nur zwischen den säulen und hier vorne wenn du willst für dich entschärfen aber ich fühle aber auch schlecht bei manchen verteidigen wirst du aus wenn du scheitert andere andere nicht die war das jetzt erzweig genau so kater wo so aufschach nehmt was hast du denn erschienen ist gut Oh, jetzt darf ich keinen Fallen in Schärfer wegdrücken. Ich könnte mich mal entschärfen. Könnte ich tatsächlich mal tun. So, hier, den Dinger kannst du auch anmachen, falls du nicht brauchst. Ich habe einen Eisenkandelaber angemacht. Sehr gut. So, und dann? Na hier. Unix fängt, nehmen wir. Gebt mir Loot. Gebt mir Loot. Wir machen die Finger allein. Gebt mir Loot. Ja, Loot hast ihr mehr als genug. Wieso spielt sie sie jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Ich kich den Hals nicht voll. Die ist verschlossen. Was hiermit? Boah, ich muss echt... Ja. Oh. Ach, der Kandelaber, ja? Ich bin hier. Speiseraum. Steht doch da. Schwerere Eichentür. Öffnen. Oh. Ach, Kavita Schlüssel benutzt. Ich hatte den Schlüssel. Ich komme mal zurück. Schwerere Eichentür. Ich hatte nicht mehr gefahren. Dr fragrance- No, wires연 getk plu. Das Kleiner. schreiber mit abkehr zum anmachen du hast dunkelsicht aber ich habe verbesserte dunkelsicht ja okay 24 meter oder aber mal hebel ziehen ich mache jetzt an bord 14 gold aufgehoben eisenkanzler hat folgenden zustand ich will klinik und habe religion fehlgeschlagen ja wie das denn geschafft ich kann sie echt tot looten something over there blieb wirst du es wie bei bordern denn es wird knippen klingen die aus deswegen ist das passiert haja